Kallista ist nämlich auch weg irgendwie, keine Ahnung. Ich mach auch so genug Schaden. Zum Beispiel hab ich das Gefühl. Komm ich an! Kallista ist immer noch, keine Ahnung wo der ist. Echt? Ah, jetzt ist er wieder. Ich treff ihn nicht, ich treff ihn nicht. Krass nix, gar nix treff ich. Nicht. Alles gut Alex, ganz gut. Also der auf der Mitte, der in der Mitte macht alle Kills man. Ja, das ist ja mein, mein Part eigentlich. Da kommt viel voneinander, so ein Ding ist nicht besetzt. Was, was will der jetzt? Oh, weg da weg da weg da weg da. Ja, komm 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 zu mir, ich höre ich. Ja, hier. Freide. Da sind. Oh. Oh. Ja, was soll ich da machen? Fuck. Die ist down. Okay, die haben das jetzt nicht machen müssen, die wär down gewesen. Bist du tot? Ne, ich bin tot. Ich weiß, dass es dumm war. Ich weiß, dass es dumm war. Ich weiß, dass es dumm war. Oh. Was war das? Darius. Halt die zu fiat unten, halt mir am Arsch. Ist doch gut, dann kann ich weiter pushen. Dafür habe ich oben den Tower Down, das bringt uns mehr. Ja, ich habe einen Opfer gefunden, hallo. Komm zu mir. Nicht so aggressiv, Kelly, aber sonst. Wenn die nicht wieder zwei Seite tritt sind, dann bist du tot. Nice. Ich komm schon mal wieder hoch, Alex. Oh. Oh. Bissen wir's. Haben wir den Drachen gemacht. Heiß. Achtung, wir müssen mal ein bisschen back, weil wir keinen Ward hier auf der Seite haben. Oder ich Warder. ... Achtung, weg. I have these, see this. endlich mal ein bisschen gold nein gerade gesehen man nein der ist weggelaufen der Speer hat den genau getroffen in your face was machst du denn jetzt schiss oder das ich dachte grad alter wieso grabt der mich der Bastard ah wieso grabt der dich weil er gedacht hat der haut dich um hat er aber nicht den Pen wieso lockst du den Creep durch die Dingens ich wollte eigentlich was anderes machen ich wollte jemand anderes locken nicht gehen ja wieso picke ich ihn mal wieder weil du ein Lutscher bist weil du ein Lutscher bist drauf geht drauf boi hä aber ich hatte noch meine Uhr noch drauf so jetzt fange ich endlich mal an ein bisschen Schaden zu machen kommst du mit dem Topline? klar dann helf mal diesem im botlane arschloch du pfff wir brauchen keine Hilfe wir haben ja immer ein bisschen verjagt obwohl mach mal ein ward dahin dann kann ich zu dir kommen fickst mich nicht der ward war so schlau gewesen ich weiß ich weiß ich meine nicht dich eigentlich fick dich wird eigentlich oben kommen aber die das geht eigentlich was geht eigentlich? ja dir lehm geben mir macht das lehm oh fuck was willst du? da oder? hehehehe volkser geh mal raus boah das war knapp geh mal ich soll ich mal ein bisschen zurückfallen ich will wenigstens eins zweimal ey gibts ey stehen zwei Leute direkt nebeneinander und ich schaffs genauer zwischendurch zu ballern nicht deine ganze Zeit da Christ ah Alexa ey geht ja nicht ich sterbe ich will nicht sterben ich will nicht sterben nein du stirbst nicht ich bin ja auch noch da achso stimmt du hast ja noch deine ulti so da oben ist niemand mehr und mit ist auch keiner ja oh ich hab 5000 fuck me ich hab noch nie was gekauft das ist das ging mir in dem game davor so aber das war eher ja ey aber jetzt hab ich's doch betroffen warte mal machen die vielleicht er macht die keinen Fall ich hab grad grad ich überprüfe grad mal warum wieder ich? greif doch mal irgendwen anders an ne sind sie auch nicht oh hier kommt Darius von der Seite ja wir sind alle bei euch ich brüche ein bisschen Toplane Mitte ist immer jemand du willst kämpfen? mein Hammer auch du willst kämpfen? mein Dödl auch ach Achtung Kalista kommt von der Seite und er stirbt endlich mach ich mal ein bisschen Schaden hier da Alter dieser Stil soll ich ihm helfen? ne ich helfe ich helfe ich hätte ihn doch ich hab meinen Ultiator an dem verbraucht ja warum wenn er das doch achso ja du hast trotzdem cooldown drauf ne ja ja aber nur noch 70 Sekunden so ein Speer so episch ich liebe diesen Speer ich hab rumbeesuch ich hab rumbeesuch achst du bitte zum Hilfe wenn wir stehen jetzt geht aber weißt du was? jetzt ging's ja jetzt ging's aber jetzt hab ich cooldown gut aber warte kurz warte warte vier drei eins ja seitdem warum? hä? was? wie? ja habt ihr jetzt eben gefragt warum wir aufgegeben haben ja weil die selbst wenn wir vier gegen fünf gespielt hätten die einfach nur gestorben hätten ja trotzdem naja du meinst nur weil's gerade Spaß macht geben die nicht aufhörst doch hihihi